Lange mussten sich ihre Fans gedulden, einige haben sich sogar wirklich Sorgen gemacht und das alles nur wegen einem Video in welchem für wenige Sekunden ein Bildschirm flackern zu sehen war. Nach einigen Tagen wilder Spekulationen und Gerüchten lädt Bibis Beauty Palace nun ein Video hoch und scheint damit wirklich alle aus den Socken zu hauen. Bibi Heinecke ist nämlich tatsächlich schwanger. Anscheinend brauchten die beiden noch einige Zeit für sich und wollten ihre Fans noch etwas auf die Folter spannen. Ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, wollen sie in ihrem Sketch aber noch nicht verraten. Wir wünschen auf jeden Fall eine glückliche Zukunft.